So, halli, hallo, jetzt willkommen in Hocker Zockern, mein Name ist Angelo, das ist der Fabian, das ist der, ich wollte schon Heino sagen, der Micha und wir zocken heute Bämmerang. Also Bämmerang ist ein Koop-Spiel, Couch-Koop. Krimelpreis, adieu. Ja, ich hab davon noch mal, gestern mal kurz gesehen, selber nie gespielt, gibt's auch schon ein paar Jahre, nee, ein anderes paar Jahre, das weiß ich nicht. Das ist mein welcher? Ja, kannst du aussuchen, der hat schon leer gesucht. Da hab ich schon noch rein. Da hab ich schon dran genuppelt. Also, wie gesagt, wir sind kleine Manneke jetzt und müssen uns mit Bämmerangs abwerfen und nebenbei, glaube ich, Gold zappeln. Gegeneinander? Ich wär laut hier. Gegeneinander? Ja, gegeneinander. Ne, 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 da können wir uns nicht mehr, wenn wir noch essen, so ich kann. Also, so ähnlich wie bei Lancelot. Ja, richtig. Wir gehen da mal rüber. So. Schön von, schön von Augen, ne? Wir werden kurz erwarten, dass jetzt hier hoffentlich... Hallo, Szene. Szene. Mama kennt's, wann ist live und, äh, Headwolf wäre nix. Warum bin ich so abgeschnitten? Rutsch mal ein Stück. Ja, ich weiß ja nicht. Ich bin auch, ich bin auch still. Ey, setz dich doch auf mein Handy, du Fettsack. Bin ich doch gar nicht. Wie bist du wohl? Hast du Trinket gegeben, aus Versehen? Würde ich hier aufwarten, wenn ich war. Ah, ich weiß, was los ist. Ich hab vergessen, ja, ja, genau. Also, ich muss gleich, jedes Mal muss ich wieder... Moment. Ah, ja, ja, da ist es wieder. Ah, Professionalität vom Herrn hier. Ich hab vergessen, wieder die Dings einzubilden, das Spiel. Also, oh, schön. Einmal mit Profis. Hier auf der Arbeit. Ja, gestern lief ja alles. Ich musste aber alles umbauen, weil eigentlich wär auch Heino hier gewesen. Aber wie man sieht, ist Heino nicht da. Hab ich überhaupt Geld dabei? Was denn? Ich denk, dass du mit Paper bezahlst. Nein, ich hab Bar bezahlt. Ich hab kein Geld hier. Ja, ich hab Geld auch dabei. Hast du Glück. Da sind alle richtig da, da sitzen alle gut, alles klar. So, gehen wir mal auf... Bink! Jetzt mal kurz auf. Ach so, ich wollte das... Steuerung. Ich wollte wissen, ob der jetzt die 1080 hat. Ja, alles klar, zurück. Junge. Junge. Wie, hallo? Ich hab mein Controller. Ja, 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 genau. Ich weiß nicht, was du für... So. Ist das der Salami? Ja, das ist wie das eine hier, wo wir das Gehirn sind. Nein, da war die Grafik besser. Äh, ja. So, jetzt glaube ich kurz Tutorial jetzt hier bewegen. Boomerang beschwören ist hier mit... Wie ist das B? Ah, okay. Hab ich doch. Hallo, ich bin... Ich bin übrigens... Ist das rot? Oben links? Also links. Aber mit RT und LT kannst du ihn aufladen. Und dann lässt du ihn los. Und er fliegt und... Okay. Ja, warte jetzt. Ich bin jetzt gelb. Ich bin jetzt hier rot. Ich bin... Ich bin lila. Ist das nicht blau? Ne, lila. Wollen wir jetzt rücken? Ach so. Okay, wollen wir erstmal kurz ne Runde testen? Ja, lass mal testen. Jetzt nicht direkt hier... Wer ist blau? Wer ist blau? Ne, Micha. Ne, Micha ist nieder. Oh. Also wir möchten das Gold hier einsamm... Mich hat's runtergefallen. Wir möchten das Gold einsammeln und dann von sehen bei abknallen glaube ich. Erst mal kurz. Ah, mit dem rechten Stick kannst du lenken. Also hier. Jetzt bin ich ja raus. Na, ich bin ja da. Wie? Wie? Ich bin jetzt runtergefallen. Mach die nicht so breit hier, ey. Wo bin ich jetzt? Ich bin rot, ne? Wer war das? Junge. Ich hab mir vorgenommen, mich nicht aufzuregen. Ich werd mich daran halten. Nein! Kann ich denn? Ah. Ich komm, Huna. Und hier vor die Fresse. Oh. Oh. Achso. Ich hab kein Bumerang. Wo ist denn ein Bumerang? 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 Jetzt hab ich ein Bumerang. Ja. Ja, ja, ja. Scheiße. Ich hab ja auch noch ein Bumerang. Blau. Nimm ich die Bumerang automatisch auf, wenn ich laufe? Ich will mal springen, das kannst du gar nicht. Mein Name ist das durchgepasst, ne? Ja, ich hab ja auch noch ein Bumerang. Fabian war da, ne? Hä? Ach, scheiße. Du verlierst deine Dinger, wenn du runterkommst. Was soll denn jetzt umgekehrt nicht aufstehen? Weil ich 30 hab. Hm. Wenn du nicht so schüttelst, dann verlierst du deine Klamotten. Jetzt falle ich schon wieder runter. Also 30, muss man noch mal, ne? Ich drück mal die Falscht-Taste. Uh. Alter. Alter, ey. Ja, aber ich hab mir runtergekloppt. Wenn jetzt wieder kommt der Männchen und schützt meine... Ja. Tatsächlich. Sack. Aber du darfst nicht zu lange in der Hand bleiben, sonst verlierst du deine Dinger da. Oh. Scheiße. Nicht schlimm. Guck mal, Micha, der wartet wieder. Wie bei Linsenlot. Nein. Ich müsste mein Bumerang... Hab ich doch gesehen. Mein Bumerang wieder neu holen. Ja, dein Bumerang. Kann doch beschwören, aber mit 3. Achso. Nein, nein, nein. Ach, scheiße. Kackspiel. Hör auf, mein Dinger da weg zu spüren, nur Affenkind. Wolltest du dich nicht aufregen? Nein, man wollte mich nicht nicht aufregen. Ich mein wieder. Warum zieh dich auf dem Kass, wo man einfach nur werfen? Wir müssen wieder einbauen. Ah, verdammt. Hat dir gefallen? Danke. Hau ab, hau ab. Du Sackgesicht. Heiße. Ich hab fast gewonnen, ich hab fast gewonnen, ihr Ficker. Guck mal, wie die alle rennen. Komm. Lass mich weiter. Ah. Nein. Jetzt ne Windi-Sackfresse. Ich bin wunderbar. Danke für dein Gold. Ah, leck mich. Nur weil ich runtergefallen bin. Nein. Ah, sehr gut. Da läuft doch nichts los, der ist doch gar nicht. Er macht schon irgendwie Laune als Spiel. Wie direkt spielen. Ich hab keine Ahnung. Mal die Hand. Hand ist das Beste überhaupt, ey. Müsste, glaub ich, heute das neue Event gestartet sein. Call of Duty hat das neue Event gestartet gestern, Vengard. Ja, du pisst. Der hat's ja nie gesagt, du spiel. Entschuldigung, ich bin das am Arsch doch. Vergesst mal, dass wir bei Twitch live sind. Ja, übrigens live auf Twitch. Da ist immer noch diese große Titte hier rum. Wo bin ich? Sack. Ha, 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 ha. Wo ist er? Wer seid ihr? Fabian, ne? Ey, du Affenkind. Hallo Affenkind. Was ist denn mit ne Rassitz-Bescheußerung? Wieso ist das Affenkind? Nicht, ey. Jetzt hat der welche... Ich hab erst Zwölf? Sandor und Tod. Das ist aber gar nicht wahr. Ich rufe, das sieht geil aus. Hier, friss mal... Lass mal ein Ding in hier. Wo ist das Ding in? Ich hab keinen. Ich bin hier unten. Hä? Wieso hab ich keinen? Alter, das glaub ich nicht. Kommt der aus... Bam, 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 bam. Das kann er zugucken. Jetzt hör doch mal auf die Scheiße zu werfen, wenn ich da komm. Ach, Scheiße. Was ist denn, du spielst? Was tut ihr? Also ich weiß, eins für YouTube mach ich diesmal keinen Schimpfordfilter. Also kein Schimpfordcounter. Es wird zu viel Arbeit. Wie ist der Ruder im Fall? Steuerung ist aber auch Dreck, ne? Wer hat mich da mal da rufen? Ach, das sind Löcher. Hör doch auf mich runter, du schubst. Wo bin ich denn? Ach, da. Jawoll. Warum bin ich nicht runtergeflogen? Das ist Sau. Nein! Ich hab eh nix zu verlieren. Komm mal, Alter. Ich hab noch keinen einzigen Nugget, was das sein soll. Komm mal, Alter. Nein! Ach, Pick. Das war nicht ausgeglichen. Ich war sehr ausgeglichener verarbeitet. Ich war schon ausgeglichen, war der ausgeglichenste Mentor. Weil er nix machen musste. Wie du Scheiße. Hallo? Hallo? Ich hab noch ein anderes Schocken. Das ist doch geil! Nein! Ich war mindestens zehn Minuten. Machen wir. Feißer! Er dreht den Scheiß im Handeln. Nein, mindestens zehn Minuten müssen wir. Nein, meins! 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 Hier. Zicke. Also insgesamt glaub ich könnte fünf vorbere... Also ne, ich hatte vier vorbereitet. Fünf war glaub ich von Worms. Oder sechs mit Worms. Aber da er noch nicht da ist, geht wohl ein bisschen. Ich glaub ich hab ich hier nicht vorbereitet. Richtig. Weil wir sind ja nur zu dritt wegen Kamera und... Scheiße, ich hab 22. Ich hab vier! Ja, warum hab ich vier? Weil ich... Nein, Finkel. Ich mag's doch nicht. Doch dann... Malina. Sieger. Ich hab's ja nicht so gesehen. Das war's! Oh, oh! Wenn euch das Spiel gefallen hat, dann lass den Daumen nach oben da, ne? Wir fangen noch weiter! Wo mache ich den Neustart hier? Ach da? Sportfahren. Mm-hm, hm-hm. Ja, wir haben jetzt noch drauf rücken. Ach das, Neustart! Ah. Eine Runde machen wir noch! Weck dir mal unsere hunderttausende Abonnenten auf YouTube. Junge, mach mal ein bisschen Platz. Hast du den Blumen, ist der kalt? Du bist hier kalt, warum wohnst du denn? Ist doch nicht kalt, Micha ist hier kalt, ne. Nach geht. Also nein. Hier wieder rot. Ist der überhaupt rot? Periodenrot. Periodenrot. Periodensystem ist so rot. Ey, ich krieg direkt den Bumerang in die Fresse, weißt du? Und schon wieder. Er geht auch gar nicht los, richtig. Und schon kriegst du den Bumerang in die Fresse. Zack. Ah, mein eigener. Hab ich's gelb. Ja. Schön zacken gelb, ne. Meins, meins. Oh, du Sneezer. Kann man irgendwie sprinten in dem Spiel? Wir haben so langsam. Ist der Controller kaputt. Ist halt lustig, weil der Bumerang, der fliegt halt seine Kurve. Und das halt mit einzuberechnen. Ja, aber Anni muss länger geblieben. Dann hast du mehr Schwung. Siehste? Wenn der länger rückt. Ah, das kann doch nicht sein. Hat mir Leute berührt. Scheiße. Kann er nicht schon wieder... Wieso hast du so viele Dinger? Weil ich gut bin. Ah, soll ich die Dreh raus? Hau ab! Boah, die Sau! Ja! Er hat gesessen. Ja! Oh! Brut! Das erste Mal! Ich hab das Spiel drauf. Ich hab das Spiel drauf. Ich hab das Bock drauf. Aber wenn Nachbarn zuhören sollten, wir spielen hier gerade. Ich hab mich mit Silik abends. Kann ich doch gar nicht rumschreien. Nein! Hey, hey, hey! Oh, ich fass hier reingefallen. Guck mal, der oben ist der, der mich hat. Oh, scheiße! Wo bin ich denn jetzt? Nein! Das war mein Nugget. Oh! Sind wir einfach aus einer riesigen Salami? Oh, wo sind wir? Ah, verdammt! Oh! 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 Hau ab! Hau ab! Hau ab! Nimm die Hand weg! Nimm die Hand weg! Nimm die Hand weg! Mann, ey! Och, nein! Guck mal, wie er ja steht! Oh! Oh! Jetzt komm ich weg! Jetzt komm ich weg! Jetzt komm ich weg! Jetzt komm ich weg! Das Zeug wieder! Oh! Ich hab falsch geguckt! Ich dachte, ich bin der Gelbe! Ach! Kacke! Ich hab mal den entspannten Armut, aber... Schau doch mal ab, ey! Wo ist mein beschließender Bumerang? Und du neue Beschwörer? Habe ich doch! Er muss das jetzt sein. Er muss das. Ah, verdammt. Guck mal, da fahr' wieder. Das ist so ne Scheiß-Karte jetzt hier. Ja, das ist wirklich. Das ist richtig mies. Die riesige Vagina hier. Komm, was? Oh, wie er hinter einem Herre mit seinem kacken Hummerang, weißt du? Das war schon witzig, irgendwie. Ja, wer bist du? Arsch. Ah ja, eh verlor, ihr habt nur vier, ihr könntest vergessen. Wann fällt die Hälfte wieder runter? Nein, es wird mich jetzt erwischt. Ich, mich ja. Na, warum fand ich denn wieder runter? Ich hab beide die selben Gedanken gehabt. Ja, du kannst dich nicht dahin lassen, ne? Du kannst dich nicht dahin lassen, immer auf mich zugehen. Egal, was für ein Kackspiel immer auf mich zugehen. Ich hab immer noch vier Dinger. Okay, jetzt hab ich ein paar mehr. Oh, der Fabi. Jeder hat einen, ja. Ja, grüße dich, ne? Ganz toll. Ich brauch mich richtig. Lach gefällig. Guck mal, der hat eine Latte. Richtig eine Latte hier. Boah, ja. Jetzt kommt der wieder mit seinem Schein. Ich hab euch beide erwischt. Ja, genau. Eben. Ich denke. Da müssen diese Löcher überall sein. Warum sind die da? Warum sind die da? Die ärger mich dann nur. Wenn wir da einzählen, dann rein. Wie so ein Trottel. Oder ein Pummerang jetzt. Äh, weißt du was, Micha? Was? Vielleicht geh ich raus und zerschnallt deine Bremsleuche. Da kommst du eh nicht dran. Na. Der Mechaniker meines Vertrauens. Wo kann ich denn die Bremsleuche auf einmal her? Von mir. Ich hab... Das ist gar nicht so, dass du schon 28 wieder hast. 19. Was machst du denn anders als ich? Ja. Ich will sie X hören. Ich will das spielen. Ja, jetzt wird geil. War noch kleinerer Beiß hier. Alter. Wie du hier einfach nur permanent aufs Maul fliehst, ne? Ach, ich bin wunderbar. Ich bin doof. Ich werd falsch geglotzt. Warte, wie alle ihre Bummeränge spammen hier. Meins, 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 meins. Meins. Alles meins. Die Runde könnte an längsten dauern hier. Ich dachte, ich hab halt gelaufen. Ich dachte, ich guck mal auf den Gelben. Ich guck mal auf den Gelben. Fucker. Rot. Angelo, du bist rot. 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 Ja, weil der... Ja, aber Rot und Gelb, ne? Erinnern sich. Irgendwie. Ja. Ja. Oh, der Fabi, ey. Alter. Potsau. Ja, wir müssen uns jetzt mal zusammen gegen Fabian verbinden. Mal. Oh. Oh, der hat schon an. 20 Fahrer. Komm, man. Hey, Alter, 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 Alter. Alter, 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 Alter. Alter, 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 Alter. Nein. Ich hab nur noch zwölf. Fabian, er hat schon fünf Jahre alt. Ja. Du hast nur ein Pfarrisär, weißt du was? Du bist so eine Dure Dreck-Sau. Ich geh ja zu oft spiele, Scherf ist ja auch Dreck-Sau. Ja, hm, 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 hm. Oh, bam, bam. Werd ich gar nicht hochladen, Scheiß. Ja, aber wer ist Sieger? Ja, wahrscheinlich, wer hat der Kontrolle. Ja, du hast den besseren Kontrolle als wir. Boah, der hat genauso gespielt wie wir. Ja, den Scheiß, dass du genauso gespielt wie wir. Ah. Ja, das war Bamarang, Bumarang, wie auch immer. Bamarang. Bumarang, isse kurz, weil, was macht der jetzt? Seine Fuß hier. Hm? Den kann man leider nicht sehen, schade. Den muss ich die Kameratippe machen. Der hat mal ein Bein halt überschlagen, ist das schlimm. Danke fürs Einschalten, danke fürs Live-Dabeisein, nämlich gar keiner. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss. Wo ist eigentlich unser...